wir machen heute kein großes krasses video das ist nur eine ankündigung für morgen oder wenn du siehst vielleicht auch heute oder gegebenenfalls gestern das wäre ziemlich unglücklich für dich weil dann hättest du den ersten tag meiner krassen winchallenge schon verpasst und zwar habe ich gedacht gut ich habe das überall mal gesehen so überall mit verschiedenen themen von fort über apex über schlag mich tot alles dabei wir begrenzen das ganze auf ein ganz anderes gebiet ich weiß ich habe immer gehasst aber irgendwie ist es ganz witzig weil ich habe so ein bisschen mit laura gespielt und können wir auch in die winchallis reinbringt vielleicht 1 2 nachdem ob sich eine von euch pappnasen mit mir bereit erklärt zu spielen ich bin scheiße ich sag's nur vorab so dann habe ich mir gedacht gut wir könnten auch irgendwie auch noch ein kleines pokémon projekt mit reinbringen und sprechen gibt es irgendwie eine hardcore lockt die wir dann durchspielen durch welche generation muss ich mir noch überlegen aber vielleicht wird er das da hätte ich voll bock drauf je nachdem muss man gucken ob remake oder aufs original gehen wir sehen wir dann ansonsten freunde habe ich mir noch ein paar andere sachen überlegt dementsprechend schaltet auf jeden fall ein morgen ab 12 uhr wenn ich leid dann gucken wir die ersten zwei drei stunden geschissen bekommen ob wir vielleicht eine der challenges abschließen können ansonsten bin ich natürlich unglaublich für eure vorschläge unten in der kommentarbox dankbar was wir denn noch so diese winchallis reinbringen könnten die wir dann dieses jahr auf jeden fall noch abschließen wollen vielleicht zu weihnachten vielleicht vor weihnachten vielleicht nach weihnachten mal gucken auf jeden fall jetzt die nächsten paar tage ich habe urlaub einige streams geben dementsprechend schaltet da auf jeden fall ein ich weiß ja ein oder andere von euch hat schon ferien vielleicht auch schon urlaub für mich ist es jetzt gott sei dank endlich soweit dementsprechend bis anfang januar habe ich circa urlaub wie gesagt zwischen weihnachten und neuer wird es eine menge streams geben vielleicht auch noch dann die tage danach von bis ich möchte jetzt keine versprechen geben was kommen könnte ich möchte auch keine versprechen geben was kommen wird aber auf jeden fall weiß ich eine sache freunde ich habe mega bock auf irgendwelche challenges dementsprechend wie gesagt haut mir in die korrekte auf was ihr bock habt und wenn ihr nicht nur themen habt sondern vielleicht auch eine umsetzung wie man da irgendwie eine winchallenge draus machen könnte das wäre nämlich mein ziel dankeschön dann schreibt es mir bitte auch dabei weil ohne kann ich nicht arbeiten ohne kann ich nicht eure wünsche erfüllen und wir wollen alle dass ich eure wünsche erfüllen und dementsprechend mein kleines weihnachtsgeschenk von mir an mich für euch freunde ich habe bock ich freue mich dementsprechend kurz und knapp gehalten ich bin raus wir sehen uns hoffentlich morgen bis dahin wünsche ich euch einen schönen tag sage peace out